Ich bin hier gerade in meinem Heimatort und hier ganz hinten bin ich früher mal abends mit meinem Renault Twingo hingefahren und mir den Sonnenuntergang angeguckt. Und jetzt darf ich einfach nicht mehr langfahren. Das gibt es ja gar nicht, aber so schön einfach. Ich freue mich nochmal hier zu sein. So, und das lag jetzt auf dem Weg. Hier ist meine alte Schule. So krass, ey. Ich war jetzt bestimmt seit, boah, wie lange? 8, 9, 10 Jahren nicht mehr hier. Boah, da hinten war der Schulkiosk, da habe ich mir immer ein Baguette geholt. Oder ab und zu. Und da, was hatte ich da unten? Was war da unten nochmal? Deutsch hatte ich da, glaube ich, ne? Oh, da kommen Leute. Schnell weg hier. Was haben wir gerade gegessen, Schatz? Honig mit Avocado. Honig mit Avocado. Absolut ein Feinschmecker-Tipp heute Morgen von Lio. Hat sehr gut geschmeckt. Ich habe mich einfach mal drauf eingelassen. Und jetzt als Empfehlung für euch Toast oder ein Brot mit Butter, Avocado und Honig. Sehr geil. Ich würde euch gerne eine sehr, sehr schöne Aktion vorstellen. Weil die UPS ins Leben gerufen hat. Und zwar unterstützt UPS schon seit längerem Kleinunternehmen. Und momentan haben sie eine sehr, sehr schöne Aktion mit 10 Kleinunternehmen zusammen gestartet. Und was die da genau gerade machen, erzähle ich euch in der nächsten Sequenz. Der Kampagnennamen hierzu lautet Be Unstoppable Driving Gallery. Und zwar hat UPS einige Fahrzeuge der Kampagne mit der Werbung der Kleinunternehmen bedrucken lassen. Und die fahren gerade fleißig durchs Lande und rühren die Werbetrommel. Und ja, einfach eine sehr geile Aktion. Ich habe euch jetzt hier mal zwei Beispielbilder eingefügt. Checkt das unbedingt mal ab. Ich persönlich finde diese Kampagne wirklich sehr, sehr schöne, sehr gelungene Aktion. Und ja, UPS gibt diesen Kleinunternehmen damit die Chance gesehen zu werden. Unterstützt sie einfach sehr dolle, gerade in diesen jetzigen schwierigen Zeiten. Und ja, checkt das unbedingt mal ab. Ich habe euch hier einen Link reingepackt. Das könnt ihr euch mal anschauen. Die ganzen Werbung für die Kleinunternehmen ist wirklich sehr kreativ und sehr cool umgesetzt. Schaut mal vorbei. Okay, let's go. Ah, du ist recht da. Ähm, Moment mal. Wer hat denn hier bitte schon reingebissen? Ich. 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 Ah ja. Und der Apfel? Da wurde auch schon versucht reinzubeißen. Ami. Ich war doch nur zehn Sekunden auf Klo. Und was machst du da? Ich schneide gerade.